2.000 Tage ist es her, dass Fortnite draußen ist und ich werde dir zeigen, wie viel Geld ich in Fortnite bisher ausgegeben habe und was einfach krank ist, also vertraut mir, es ist heftig und wie viele Skins ich habe, alles drum und dran, bleibt definitiv dran, Freunde, lasst einen Daumen da, ballert auf den Abo-Button, Freunde, würde mich mega freuen und ansonsten, checkt natürlich gerne mein Insta ab, mein Twitch, auf Twitch bin ich auch immer aktiv am Livestream und dann würde ich eigentlich sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Video an, Digga. Gut, Leute, habe ich gesagt, dass wir noch ein Update runterladen müssen, Digga? Egal, egal, kein Stress, wir warten kurz. So, Leute, wir sind in Fortnite, in meinen Karriere-Tab habe ich gerade nachgeschaut, also das letzte Mal war ich am 14.10. in Fortnite, da davor am 7.4. und da davor am 9.12.29, also brutal inaktiv. Aber wir kommen jetzt zum Item-Shop und schauen uns das Ganze natürlich... Item-Shop, sage ich schon, Digga. Jungs, ihr wisst, ich bin voll im Shop-Film noch. Ey, wir fangen mit den Lackierungen an, dann gehen wir zu den Emotes, Spitzackengleiter, etc. Okay, wir arbeiten uns langsam weiter. Also, was habe ich denn hier alles gemacht? Also, Freunde, super easy. Ich habe hier 13 seltene Items, davon habe ich aber nur 10 Stück bezahlt. Also, 10 epische Items habe ich hier für einen Wert von 8.000 V-Bucks. Dann habe ich 72 seltene Lackierungen. Diese Lackierungen habe ich für 36.000 V-Bucks bezahlt. Ich sage mal, so ist schon brutal viel auf jeden Fall. Dann haben wir noch zu guter Letzt hier die ganzen grünen Sachen. Die grünen Sachen, dafür habe ich insgesamt 23.000 V-Bucks ausgegeben. Also, schon eine relativ große Summe. Dann kommen wir jetzt einmal zu den Emotes. Bei den Emotes sind natürlich sehr viele dabei. Ihr seht schon selber, ist alles sehr verwirrt oder viel hin und her. Ich sage mal, durcheinander sortiert. Und bei den Emotes ist es so, meine Freunde, da habe ich für die epischen Emotes insgesamt 37.000 V-Bucks für ausgegeben. Es gibt ja keine legendären Emotes. Also, für die epischen, ja genau, für die epischen habe ich 37.000 V-Bucks ausgegeben. Also, schon eine gute Menge. Für die seltenen habe ich ungefähr 72.000 V-Bucks ausgegeben. Ihr seht schon selber, das sind brutal viele. Die kosten natürlich auch weniger, aber sind halt sehr, sehr viele. Dann habe ich noch grüne Freunde und da habe ich 42 grüne Emotes. Ich zähle natürlich die Sprays und so nicht dazu. Aber für diese grünen 42 Emotes habe ich 21.000 V-Bucks ausgegeben. Also, relativ in Ordnung, muss man schon sagen. Also, ich habe schon voll viel, ne? Sieht man ja auch hier. Ich habe hier 726 Emotes. Und davon sind nur Emotes, 340 Stück. Also, ohne die Emoticons. Brutal krass. Also, 340 Emotes sind irgendwie dazugekommen. Krass. Bei den Lackierungen können wir uns das Ganze natürlich auch gerne anschauen. Ihr seht, alle Lackierungen. Wir haben 231 Lackierungen. Brutal viel, Alter. Unnummer. Dann gehen wir über zu den Gleitern. Ich habe natürlich sehr viele seltene und sehr viele krasse Gleiter. Viele sind nicht mehr verfügbar, wie ihr sehen könnt. Oder da gab es mal ein paar Probleme. Wir können ja mal ganz genau gucken. Wir haben 216 Gleiter. Das ist brutal viel, Freunde. Und dann fangen wir erstmal mit den legendären Gleitern an. Davon habe ich natürlich ein paar, wie ihr sehen könnt. Neun Stück, um genau zu sein. Dafür habe ich ungefähr 14.000 V-Bucks ausgegeben. Dann haben wir noch hier die epischen. Ich habe 54 epische Lackierungen, sage ich schon. 54 epische Gleiter, inklusive die hier oben. Und dafür habe ich 43.000 V-Bucks ausgegeben. Hier unten geht es dann einmal weiter. Und zwar habe ich 54 seltene Gleiter. Also auch genauso viel fast wie die normalen. Und dafür habe ich 43.000 V-Bucks ausgegeben. Also für die epischen habe ich 64.000 ausgegeben. Und für die seltenen habe ich 43.000 ausgegeben. Und für die grünen, das sind 42 Stück, da habe ich 21.000 ausgegeben. Plus wir haben noch hier unten die Gleiter, die man kostenlos immer bekommen hat, zu jeder Season, wenn man jede Season einen Win geholt hat. Brutal viel auf jeden Fall. Lässt sich auch definitiv sehen. Dann kommen wir jetzt zu den Spitzhacken. Also ich habe brutal viele Spitzhacken, wie ihr sehen könnt. Wir können ja auch mal schauen. 371 Spitzhacken. Digger, das lässt sich definitiv sehen. Dann fangen wir erstmal bei den Spitzhacken, bei den epischen an. Es gibt ja keine legendären, wobei ich habe hier jetzt einen legendären, aber den habe ich jetzt nicht mit dazu gezählt. Ist glaube ich aus dem Paket sogar. 54 epische Spitzhacken haben wir hier, wie ihr sehen könnt. Ist schon eine brutale Menge. Für diese 54 epischen Spitzhacken habe ich 54.000 V-Bucks ausgegeben. Dann haben wir 154 seltene Spitzhacken. Für die habe ich 123.000 ausgegeben. Wir haben 66 grüne Spitzhacken, für die ich 33.000 ausgegeben habe. Und wie wir das auch gemacht haben mit den Battle Pass Items etc. werde ich euch auch gleich alles erklären. Keine Sorge. Dann kommen wir eigentlich jetzt zu dem Punkt, der die meisten interessiert. Und zwar zu den Skins. Ich habe brutal viele Skins. Um genau zu sein, 637 Stück. Also krank, muss man schon sagen. Ist eine gute Summe. Und davon habe ich 84 legendäre Skins. Wie ihr sehen könnt. Brutal viel. 84 legendäre Skins im Wert von 186.000 V-Bucks. Brutal krass. Epische Skins habe ich 191 Stück. Und ausgegeben habe ich dafür 286.000. Also brutal viel. Also von den epischen habe ich am meisten. Kranke Sache, Digga. Wie viele seltene ich habe, weiß ich gerade nicht. Aber sollte auch so zwischen 150 und 200 sein. Bin beim Zählen brutal durcheinander gekommen. Deswegen habe ich das einfach außen vor gelassen. Aber sind definitiv brutal viele, wie ihr sehen könnt. Plus hier oben sind auch noch welche. Die gehören aber zu den exklusiven Dingern. Deswegen werden die oben angezeigt. Aber sind trotzdem epische manche. Damit ihr Bescheid wisst. Für die seltenen habe ich insgesamt 157.000 V-Bucks ausgegeben. Also auch eine gute Menge. Ich habe 75 grüne Skins, für die ich 60.000 V-Bucks ausgegeben habe. Also brutal geile Sache. Brutal heftig sogar. Also krass viele Items, was ich hier habe. Und ihr wollt sicherlich wissen, wie viel ich denn jetzt tatsächlich ausgegeben habe. Zu meiner Zeit, wo ich V-Bucks gekauft habe, Freunde, habe ich 100 Euro für 13.000 V-Bucks ausgegeben. Bedeutet, meine Rechnung gilt dem Stand. Okay? Also ich rechne nicht mit 80 Euro pro 100 V-Bucks. Weil damals, wie gesagt, waren das mehr. Ich musste einfach mehr bezahlen. Das hat sich ja später geändert. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich insgesamt für meinen Spind 183.100 V-Bucks ausgegeben habe. Okay? 1.083.100 V-Bucks. Brutal krass. Das variiert. Ich sage mal so, ein paar Skins habe ich vergessen. Ein paar Skins habe ich mit reingemacht vielleicht. Ich sage mal so, 1,1, 1,2 Millionen V-Bucks habe ich ungefähr jetzt für meinen ganzen Spind ausgegeben. Pi mal Daumen. Ohne den Battle Pass und ohne die Exklusiv-Skins, wenn ich das rein geldtechnisch rechnen würde, hätte ich hier ungefähr 11.000 Euro für die V-Bucks ausgegeben. Ungefähr, ich würde mal sagen, wenn ich ab und an mal 100 Euro Packs gekauft habe, also 100 Euro V-Bucks aufgeladen habe, dann kommen wir vielleicht auf 10.000. Also gehen wir davon aus, 10.000 bis 11.000 Euro habe ich nur für die V-Bucks ausgegeben, nur mit V-Bucks kaufen. Dann habe ich noch Battle Pass gekauft, jeden Battle Pass gekauft, jeden Battle Pass direkt auf Max gelevelt. Das sind auch ungefähr 100 Euro gewesen. Wenn ich die jetzt auch noch rechne, ich sage mal so, ich hatte locker 10, 15 Battle Pässe vielleicht, 10 Stück auf jeden Fall. Die habe ich alle komplett Max gemacht. Ich sage mal so, wenn das auch nochmal 1.000 Euro wären, sind wir bei 12.000 Euro plus die ganzen Exklusiv-Skins, Galaxy-Skins, die Sprays, die ganzen Exklusiv-Items. Dafür habe ich auch Geld ausgegeben. Und alles in einem ungefähr, weil ich habe das aus meinen Steuerunterlagen, habe ich das auch rauslesen können, habe ich um die 13.000 bis 14.000 Euro für Fortnite ausgegeben. Und das ist brutal viel. Also Freunde, hier habt ihr das Endergebnis. Nach 2.000 Tagen Fortnite habe ich insgesamt 1,1 Millionen V-Bucks ausgegeben. Mit den Exklusiv-Skins zusammen sind wir bei ungefähr 12.000 bis 14.000 Euro, die ich ausgegeben habe für Fortnite. Brutal kranke Sache. Ich sage euch so, im Nachhinein natürlich, wenn ich mir jetzt denke, Digga, wenn ich den Account verkaufen könnte, direkt, Bruder, hier, nimm. Bruder, nimm. Es gibt ja auch so ein kleines Gerücht, dass man die Skins und so verkaufen kann. Wenn ihr wollt, dass ich ein separates Video dazu mache, kann ich gerne machen. Alle ganzen Informationen zusammenführen und zusammenpacken. Und das, meine Freunde, soll es definitiv hier mit dem Video gewesen sein. Eure Meinungen gerne unten in die Kommentare. Wollt ihr mehr solcher Sachen sehen in anderen Spielen? Würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, geht ihr mit dem Flow, euer Fraps. Und ciao.